Tari, Schatz, könntest du vielleicht mal, ich helfe dir auch gerne, mit Pille Palle Peli irgendwie mal so ein Sturkreisgespräch führen? Pille Palle Peli, wieso bist du denn jetzt bitte in diesem Schrank? Der ist keine zwei Minuten offen gewesen, hm? Ja, ich weiß, ich kann mir die Frage eigentlich klemmen, warum du da drin bist, aber weißt du, Schatzi? Hallo, Erde an Pille Palle Peli, kannst du mal zuhören? Dankeschön. Wir kriegen da irgendwie ein kleines Problem, mein Süß. Oh, ich bin mir egal. Ja, Mausebein. Ich glaube, da ist irgendwie so eine kleine Grenze. Hm? Es gibt so viele Möglichkeiten, ein neues Nest zu bauen. Die Schränke und Waschmaschinen sind nicht so eine tolle Plätze, finde ich jedenfalls. Rübenratz. So, kannst du jetzt mal auch einen Beitrag dazu leisten? Nicht den, dass du da hoch fliegst, nein. Weil, Horche, du kannst gerade nicht so wunderbar fliegen. Und wenn du jetzt probierst, da hoch zu fliegen, dann denke ich mal, dass die Hälfte von dem, was drin ist, dann dabei rausknallt. Oh, echt nette Überraschung am frühen Morgen. Taribeer. Sprich doch mal ein tauben Machtwort. Und sag dem Pille Palle oder der Pille Palle Peli, da oben ist nicht, wir müssen woanders. Ich sehe schon, wir sind hier mehr 2 zu 1. Gut. Solange ich jetzt hier noch in der Küche rumfärze, kannst du da einen Moment sein. In der Hoffnung, du kommst von selber wieder raus, ne? Du Micky Maus.